Ist Amau tot? Ihr wollt eine ehrliche Antwort? Herzlich willkommen zur dritten Folge von Sag mal Lachs, dem Videoformat, bei dem du deine Fragen stellen kannst und ich sie beantworte. Wie funktioniert's? Ganz einfach, du schickst mir deine Frage per Mail oder per WhatsApp Sprachnachricht und ich werde versuchen, sie in der nächsten oder übernächsten Folge zu beantworten. Los geht's mit der ersten Frage. Hallo Christian, ich schwange zwischen der A6000er und der 7er Serie. Mir geht es dabei nicht unbedingt um die Unterschiede im Detail, sondern eher um die Haptik. Denkst du, es ist als Hobbyfotograf zu viel, sich eine 7er nur wegen der Haptik zu kaufen? Die Frage, ob APS-C oder Vollformat und welche Kamera genau, die kriege ich relativ häufig gestellt. Und eine Sache, die für mich persönlich total entscheidend wäre, wäre, wenn du die Kamera in die Hand nimmst, wie sich das Ganze für dich anfühlt. Man kann prinzipiell sagen, ich habe relativ große Hände, dass sich eine Alpha 7 III zum Beispiel etwas besser anfasst als eine Alpha 6600. Aber auch nochmal eine 6600 deutlich besser als eine Alpha 6500. Also von daher wäre das so mein erster Punkt. Der Vorteil von APS-C liegt aber natürlich auch auf der Hand. Die Kameras sind deutlich kleiner, nehmen deutlich weniger Platz weg, wenn man zum Beispiel auf Reisen ist. Und genau das wäre meine Entscheidung. Ich würde die Kamera in die Hand nehmen, würde schauen, welcher Griff passt mir. Kann ich zum Beispiel mit dem Griff von der 6500 oder von der 6600 leben? Wenn das der Fall ist, wäre mein Trend eher zur kleineren, leichteren Kamera. Die beste Kamera ist die, die man mitnimmt und dementsprechend wäre das meine Auswahl. Der Monitor meiner Kamera fällt ab und zu aus, sodass ich über den Sucher kontrollieren muss. Woran kann das liegen? Eine Sache, die relativ häufig passiert, ist, dass der Näherungssensor dahinter dem Sucher ist, dass der verschmutzt ist. Dann hilft es, die Augenmuscheln nach oben zu machen und das Ganze ein bisschen zu putzen, mit einem Mikrofasertuch zum Beispiel. Und meistens ist das Problem mit dem Display dann gelöst. Wenn das nicht der Fall ist und wirklich ein Defekt vorliegt, dann kannst du die Kamera wirklich nur in den Service senden. Trotz OTG-USB-Kabel ist es nicht möglich, mit meinem Smartphone das Video in der Kamera aufzunehmen. Welches andere Gerät kann dies stattdessen? Wenn du extern Video aufzeichnen möchtest, dann kannst du das eigentlich nur mit einem Recorder tun. Das heißt, so mit einem Atomos Ninja 5 zum Beispiel. Der ist klein, leicht, hat ein richtig, richtig gutes Display. Wir arbeiten noch mit dem großen, mit dem Ninja Flame. Und ich habe einen Ninja 2 und den Ninja 2 würde ich dir nicht empfehlen, weil die Displayqualität ist wirklich eine Katastrophe. Aber darauf kann man seine Videos toll kontrollieren. Extern aufzeichnen auf der SSD, das ist die Empfehlung für Videografen. Welche Unterschiede gibt es bei der Aufnahme mit analogen oder digitalen Mikrofonen? Ich denke, deine Frage bezieht sich auf das analoge bzw. digitale Mikrofon über den Multi-Interface-Schuh. Die Antwort dazu ist relativ einfach. Wenn du mit einem herkömmlichen Mikrofon Ton aufzeichnest, wird das Mikrofon einen analogen Ton an die Kamera übergeben. Und der Vorverstärker in der Kamera, der Preamp, der bestimmt dann ganz maßgeblich die Tonqualität. Deswegen sind ja bei Videografen auch die externen Aufzeichnungsgeräte so beliebt, weil man da einfach eine höhere Qualität des Preamps hat. Wenn ich jetzt mit einem digitalen Mikrofon arbeite, wo der Verstärker im Prinzip schon eingebaut ist, habe ich den großen Vorteil, dass das Mikrofon alleine die Tonqualität bestimmt. Und dann wird im Prinzip der digitale Ton, also das fertige Signal, in meine Videoaufnahme implementiert. Und damit spielt die Kamera bei der Aufnahmequalität keine Rolle mehr. Ja, ich glaube, das ist ein richtiges Highlight. Was für Unterschiede gibt es in der Qualität von HDMI-Kabeln, wenn es um die Verbindung mit unter anderem Recordern wie den von Atomos geht? Jetzt weiß ich nicht genau, was du extern rekordest, aber bei einem HDMI-Kabel spielt die Kabelqualität eine untergeordnete Rolle. Ich verrate auch kurz, warum. Das HDMI-Signal ist ja ein digitales Signal. Das heißt, das besteht aus Nullen und Einsen. Und hier gibt es eigentlich nur zwei Zustände, nämlich entweder du hast ein Bild oder du hast kein Bild. Über das Kabel wird nämlich nicht nur das Signal übertragen, sondern auch eine Fehlerkorrektur. Und wenn die nicht funktioniert, dann kommt kein Signal an und du siehst auch kein Bild. Wenn du jetzt sehr, sehr lange Kabel verwendest, wenn du jetzt wirklich Aussetzer im Bild hast, dann empfiehlt es sich auf jeden Fall, ein anderes Kabel zu verwenden. Wenn du ein stabiles Bild siehst, das nicht flackert, es sonst keinen Stress gibt, tut es eben auch ein einfaches Kabel. Weil nochmal, das ist dann das fehlerkorrigierte Signal und du bekommst die Bildqualität wie mit einem höherwertigen Kabel auch. Für was steht das Kürzel APO bei Objektiven? APO steht für apochromatische Aberration. Das heißt, es ist ein Objektiv, das speziell korrigiert ist und zwar für drei verschiedene Wellenlängen, sodass man im Prinzip eine bessere Farbwiedergabe bekommt. Man bekommt weniger Farbsäume. Früher gab es das ganz häufig als Angabe. Da haben eigentlich alle Hersteller das immer mit drauf gedruckt. Heute wird es oft nicht dazu geschrieben, obwohl ein Objektiv auch für mehrere Wellenlängen korrigiert ist. Wofür verwendet man den AEL-Schalter bei der Sony Alpha 7er Reihe? Das ist jetzt mal wieder eine einfache Frage. AEL steht für Auto Exposure Lock. Ich kann also die Belichtungsmessung meiner Kamera, wenn ich diese Taste drücke, speichern. In der Regel ist das so eingestellt, dass man sie gespeichert bekommt, wenn man den Knopf gedrückt hält. Dann siehst du auch unten ein Sternchen in dem Menü bzw. im Display und damit ist die Belichtung gespeichert. Lohnt sich die Canon 90D mit dem Canon 1835 mm und dem 150-600 mm von Sigma im Bereich Tierfotografie? Oder sollte man sich noch umschauen? Also ich habe die 90D natürlich schon in der Hand gehabt und probiert. Ich würde sie gerade für Tierfotografie und sowas eher nicht empfehlen. Ist jetzt auch nicht ungewöhnlich, dass ich eine Sony Kamera empfehle, ist mir schon klar. Aber wenn es um Autofokus geht, ist eine Alpha 6400 die vielleicht viel bessere Wahl. Und auch da gibt es ein wunderbares 200-600 von Sony oder eben das neue 70-350. Und vielleicht um das Ganze so ein bisschen neutraler zu gestalten, guckt ihr einfach mal den Test bei DP Review an. Ich weiß, der ist englisch, aber in dem kann man dann hören, naja, der EOS 6 M2 ist die bessere Kamera im Autofokus im Vergleich zu einer 90D. Das sagt eigentlich schon alles. Die Systemkameras sind da eigentlich vollkommen überlegen. Deswegen würde ich dir das auch eher empfehlen. Da muss ich dich leider enttäuschen. Die AX700 hat nicht den gleichen Bildstabilisator wie die AX53 und das ist auch relativ einfach erklärt. Das Bildstabilisierungssystem bei Sony heißt ja Boss Balanced Optical Steady Shot. Und man kann sagen, das ist im Prinzip ein eingebauter Gimbal. Warum? Die komplette Objektivkonstruktion wird ausgelenkt und stabilisiert. Und das funktioniert mit einem kleinen Sensor, wie ihn die AX53 hat, ziemlich gut. Wenn der Sensor aber ziemlich groß ist und dementsprechend auch das Objektiv und alles viel, viel größer wird, dann ist das nur mit extremen Platzbedarf zu bewerkstelligen. Deswegen hat keiner der 1-Zoll-Sensoren diesen Balanced Optical Steady Shot. Wenn also der Bildstabilisator für dich wichtig ist, dann würde ich wirklich die AX53 empfehlen. Wenn du sagst, ich kann mit einem schlechteren Bildstabilisator leben und vielleicht einen Gimbal verwenden, dann könntest du natürlich auch die Kameras mit dem 1-Zoll-Sensor verwenden, um tolle Videos zu drehen. Mit welcher der aktuellen Sony-Kameras ist es möglich, im Videoaufnahmemodus das Display in 4K via HDMI aufzunehmen? Also inklusive Menüs und Co. Nur damit wir uns richtig verstehen, wenn du in 4K filmst und extern ausgeben möchtest, dann wird natürlich von der Kamera nur das Videosignal nach außen gegeben. Wenn du jetzt das Menü filmen möchtest, dann kannst du das tun, indem du einfach bei Full HD zum Beispiel die Infoanzeige ausschaltest. Dann kannst du wählen, ob entweder nur der Videoinhalt, also das, was man eigentlich für die Videoproduktion auch braucht, aufgezeichnet wird, oder eben ob das Menü mit gefilmt werden kann. Das Menü in 4K ausgeben macht gar keinen Sinn. Warum? Das Display hinten hat ja eine viel niedrigere Auflösung und genau dafür ist das Menü gemacht. Das heißt, du hast die hohe Auflösung des Menüs ja gar nicht und deswegen ist die Funktion deaktiviert. Meine Sony A7R III lässt sich nicht mit meinem MacBook Pro mit High Sierra verbinden, um direkt vom Rechner via Livebild zu arbeiten. Liegt es am Kabel, dem Mac oder was sonst? Okay, deine Frage ist jetzt ein bisschen länger, trotzdem ist es kein Problem. Die Kamera per Wi-Fi über den Computer fernsteuern, das geht nicht. Das geht erst bei der 7R IV und bei der Alpha 9 II. Die anderen Kameras im Sony Line-Up können das Stand heute, wenn das Video erscheint, nicht. Und ich glaube auch nicht, dass sie es können werden, weil die Verbindung meines Erachtens nicht schnell genug ist. Das fernsteuern per USB-Kabel sollte mit deiner Kombination eigentlich ohne Probleme funktionieren. Du brauchst dafür allerdings natürlich die Sony Imaging Edge Software im Hintergrund, die läuft. Es gibt mit den verschiedenen Betriebssystemen von Mac immer wieder mal Probleme. Das heißt, es kommt ein neues Update raus und das Ganze funktioniert nicht. Dann kommt ein kleines Plugin raus und dann funktioniert es wieder. Wenn das bei dir dauerhaft nicht funktioniert, weil ich habe an meinem MacBook das Ganze schon gemacht, mit einer Alpha 7R III, mit einer 7 III, mit einer Alpha 9 II, mit einer 7R IV, dann musst du wirklich mal schauen, wo die Fehlerquelle liegt, weil du kannst mit deinem MacBook definitiv diese Kamera fernsteuern. Wahrscheinlich ist es wirklich irgendeine Software, die im Hintergrund läuft oder ein USB-Port, der blockiert ist. Vielleicht ist aber auch dein Kabel einfach nicht in Ordnung. Per Ferndiagnose kann ich dir da nicht weiterhelfen. Computerprobleme kann ich nicht lösen. Welche Kamera eignet sich als Ergänzung zur Alpha 9, um bei der Fotosafari nicht immer die Optik wechseln zu müssen? Die Frage ist für mich jetzt ganz einfach zu beantworten. Sie wird dir wahrscheinlich nicht gefallen, weil ich suche jetzt eine relativ teure Kamera aus. Wenn du ein Luxusproblem hast, ich würde eine 7R IV kaufen. Warum keine 6600? Naja, du hast mit einer Alpha 7 R IV 61 Millionen Bildpunkte, das heißt wahnsinnig viel Auflösung. Und wenn du auf den APS-C Bereich umschaltest, bleiben immer noch 26 Millionen Bildpunkte übrig. Der größte Vorteil im Vergleich zu einer 6600 ist für mich jetzt aber, dass du genau das gleiche Handling hast wie bei einer Alpha 9. Das heißt, du hast den Joystick, um zum Beispiel das Fokusfeld zu verschieben. Den hat ja die 6000er Serie nicht. Man muss sich, wenn man zwei unterschiedliche Gehäuse hat, sonst immer umgewöhnen. Und ich fände es vom Handling schöner, wenn man zwei sehr ähnliche oder zumindest gleiche Bedienungen hat. Deswegen würde ich das als Empfehlung geben. Ansonsten natürlich Alpha 6600, klar, auch eine tolle Wahl, weil du hast mehr Brennweite, würde dir mehr Möglichkeiten beim Fotografieren geben. Deswegen wäre das meine zweite Wahl. Prinzipiell funktioniert der Augenautofokus im Video in allen Aufnahmeeinstellungen. Es gibt aber einige Einschränkungen. Die sind relativ klein, aber trotzdem sind sie da. Zum Beispiel, wenn du die Proxyaufnahme aktivierst, dann kann kein Augenautofokus stattfinden. Und das gleiche gilt für Aufnahmen bei 100 oder 120 Bildern pro Sekunde. Das heißt, wenn du im PAL-Modus oder im NTSC-Modus mit den höchsten Framerates in Full-HD arbeitest, dann gibt es keinen Augenautofokus im Video. In allen anderen Geschichten funktioniert der. Warum habe ich das im Video nicht gezeigt, sondern nur mit Full-HD? Die Antwort ist relativ einfach. Wenn du in 4K filmst und extern einen Rekorder an die Kamera hängst, so wie ich das ja mache, damit ihr sehen könnt, was auf der Kamera passiert, dann geht es nur ohne die Overlay-Bilder. Das heißt, nur ohne die Autofokus-Einstellungen, nur ohne die Display-Zusätze. Und deswegen habe ich meine Kamera da in Full-HD-Modus gestellt. Es geht aber auch in 4K. Welche Fernbedienung gibt es für die Sony Alpha 7R IV? Kannst du einen empfehlen? Meine Lieblingsfernbedienung für die A7R IV ist die Bluetooth-Fernbedienung. Die finde ich einfach praktisch, weil die stecke ich in die Jackentasche oder hängen sie mir irgendwie an den Kameragurt und habe sie immer griffbereit. Und ich habe halt kein Kabel und keinen Stress. Es gibt auch noch verschiedene Kabel-Fernauslöser. Das gibt so eine ganz einfache, ich glaube für ungefähr 25 Euro, ist dieser einfache Kabel-Auslöser. Der funktioniert auch. Und es gibt den großen Kabel-Auslöser, mit dem man das Ganze feststellen kann. Der ist dann für Landschaftsaufnahmen und so ganz praktisch. Der kostet aber genauso viel wie die Bluetooth-Fernbedienung. Ich würde die Bluetooth kaufen. Wer benötigt die Trennung des Autofokus-Feldes im Hoch- und Querformat? Schön, die Frage bezieht sich direkt auf eins unserer neueren Videos. Die Antwort dazu ist relativ einfach. Es gibt ganz viele Event-Fotografen, die häufig zwischen Hoch- und Querformat hin- und herschalten müssen und das Fokusfeld eben an unterschiedlichen Stellen brauchen. Und wenn man wirklich im Hochformat, Querformat, Porträts schießt, zum Beispiel bei einer Hochzeit, dann muss man jedes Mal, wenn man wechselt, das Fokusfeld wieder manuell verschieben. Das ist jetzt kein großer Act, wenn man das nur einmal macht. Wenn man das am Tag aber hundertmal macht, dann ist es ein sehr großer Act. Und für diese Leute ist die Funktion natürlich perfekt. Dasselbe gilt auch für Sport und Co. Es gibt ganz viele Aufnahmesituationen, wo das eine Rolle spielt. Ist es möglich, E-Mount-Optiken in A-Mount-Kameras zu verwenden? Gerade aufgrund einiger neuen Linsen, welche es nicht für A-Mount gibt, wäre dies schön. Schau dir einfach mal in unserem YouTube-Kanal hier das Video an, was passt wo. Da erkläre ich das ganz, ganz ausführlich, um deine Frage trotzdem zu beantworten, ganz kurz. Die E-Mount-Objektive haben einen Abstand von 18 mm bis zum Sensor, die A-Mount von 46,5. Du müsstest also ein E-Mount-Objektiv ungefähr 3 cm tief ins Gehäuse schrauben. Das funktioniert physikalisch nicht. Also nein, du kannst leider keine E-Mount-Objektive an A-Mount verwenden. Andersrum geht. Kannst du ein Video zum Thema XY machen? Kannst du mal kurz ein Video. Höre ich super oft, lese ich super oft. Und vielen Dank dafür, dass ihr euch für die Videos begeistert und dass ihr gerne eine Erklärung dafür hättet. Meistens kann ich das nicht erfüllen. Warum? Ein Videodreh dauert in der Regel zwischen, naja, ich sag mal mit Nachbearbeitung und Co. 4 Stunden, vielleicht 8 Stunden für ein mittleres Video und 12 bis 16 Stunden für ein langes Video. Das also so nebenbei zu machen und kostenfrei funktioniert leider nicht. Ich habe eine ganze Liste an Videos, die ich gerne drehen möchte mit ganz vielen Themen und ich freue mich natürlich auch über eure Vorschläge. Per Auftrag funktioniert es leider nicht. 2020 steht vor der Tür. Hast du Vorsätze und falls ja, welche? Ja, mehr Sex, mehr Drugs, mehr Rock'n'Roll. Nein, Quatsch. Ja, klar, mehr Sachen für mich tun. Also ich habe dieses Jahr ja schon angefangen, aber ich möchte das fürs nächste Jahr noch intensivieren. Die letzten drei Monate dieses Jahres ist mir übrigens nicht so gut gelungen. Ich habe ziemlich viel gearbeitet, wirklich sechs, sieben Tage die Woche und jede Woche und richtig lange am Stück. Aber ich war zum Beispiel im Kurztrip in Prag für drei Tage und hatte meinen Spaß. Das hat mir sehr gut gefallen. Das möchte ich im nächsten Jahr ausbauen. Da möchte ich natürlich neue Geschäftskunden dazu gewinnen. Ich habe ja im Moment schon sehr, sehr viel Spaß mit meinen Partnern und habe ganz, ganz viele verschiedene Sachen, die wir machen. Aber ich hätte auch noch Lust auf ein bisschen was ganz Außergewöhnliches. Vielleicht mal was ganz Neues. Mal gucken. Ja, da bin ich auf jeden Fall dran. Das würde ich mir wünschen. Ich will, dass der YouTube-Kanal explodiert. Mehr Farbe reinbringen, mehr Emotion. Mal schauen, wie wir das hinbekommen. Das mit der Farbe ist ja relativ einfach, aber das mit den Emotionen fällt mir nicht immer ganz leicht. Und ansonsten, nö, ansonsten habe ich so spontan nichts. Wie findest du als Sony-Mann eigentlich die Kameras der anderen Marken? Inzwischen für relativ wenige, wenn ich ehrlich bin. Natürlich habe ich an vielen Kameras Spaß und fasse alle Kameras gerne an. Also egal, ob das jetzt eine Leica ist, die ich gerne mag, oder die Hasselblatt X1D. Die finde ich vom Griff und vom Design einfach super. Auch die Panasonic S1H finde ich echt spannend. Aber ansonsten, ja doch vielleicht die Mittelformat Fuji noch. Die GFX100 finde ich auch ganz spannend. Bei den klassischen Spiegelreflex-Kameras, ne, da holt mich irgendwie nichts hinterm Ofen vor. Und auch die Systemkameras finde ich nicht so spannend. Also für mich die spannendsten Kameras sind wirklich Alpha 9 II und 7R IV. Und dann die beiden Mittelformat, würde ich sagen. Also die GFX und die Hasselblatt. Das sind so die, wo ich sagen würde, da hätte ich Spaß dran, wenn ich damit fotografiere. Alles andere toucht mich im Moment eher nicht. Das Beste zum Schluss. Ist Armand tot? Nein, Armand ist die Krönung der Schöpfung. Es ist das beste System. Es kann alles, was man sich wünscht. In Kürze kommt übrigens ein Adapter. Mit dem kann ich dann alle Objektive auf Armand adaptieren. Da ist so eine Linse drin und der sieht ganz seltsam aus. Den kann ich so rein- und rausschieben. Jeder mag große Kameras. Die Alpha 7 ist mir viel zu klein. Ich habe riesengroße Hände. Die kann man wenigstens richtig anpacken. Armand forever. Fragst du nach Sonys Meinung oder fragst du nach meiner Meinung? Die Antwort würde ich jetzt nicht freuen. Meine Einschätzung ist, in Deutschland ja. Warum? Es gibt kaum noch Kameras. Die Objektive werden immer weniger. Man kann natürlich das vorhandene Equipment nutzen. Und wer glücklich ist bei Armand, dem würde ich auch weiterhin empfehlen, eine Alpha 990 II oder eine 77 II zu kaufen. Aber ich glaube, die großen Entwicklungssprünge, die finden da nicht mehr statt.